Was? Oh, nein, Alter! Was? Ja! Was? Oh mein Gott, kam das spät, Alter! Start! Mach schnell auf Gopo-Fanzig! So, hallo und herzlich willkommen zu. Ey, lass mich halt nicht reden. Ja, gut, dann rede ich halt nicht. So, sechste Runde ist kribbelig. Volles Haus heute. Nico, wenn du gleich auf Start druckst, ne? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Nogga ist Nico, Chirurg ist der Team mit der Präzisionshand. Ich bin ich, Chris ist Chris, Pate ist Pate. SAK ist Silas, Kartoffelpuff ist Dario. Und Gray ist, äh, Max. Hi. Bin starten. Ja, ja, jetzt geht's los. Erster! Ach, warm-up. Keinster sagt er eben. Okay, okay, ähm. Ballkick. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie ich das malen soll. Alles drei, das geht gut los. Egal, egal. Immer die schwere nehmen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das malen soll. Ich hab keine Ahnung, wie ich das malen soll. Holy shit, warte mal kurz. Ach, sieh. Okay, Leute, ich mach das erste Bild von Google ab. Keine Ahnung, tut mir leid. Ähm. Äh. Hä? Das sind drei Buchstaben. Ich bin gekickt. Äh. Äh. Vorhang. Junge, das ist eindeutig der Vorhang. Hä? Ich hab keinen Plan. Ich schwör's auch nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich malen soll. Hä? Was ist für eine Sprache überhaupt? Das ist Deutsch. Ähm. 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 Das ist diese Gegend halt. Die nennst du so. Boah, hey Junge, ich hab keine Ahnung, wie man sowas malen soll. Das sind Wellen. Das sind Wellen. Eins. Hä? 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 Was? Wir sehen das aus für euch, Leute. Was ist denn das? Ja, das sieht aus. Ah. Das ist Gras hier, was wir gerade machen. Und? Das ist die ganze Gegend. Also, das ist nicht kapitiertes auf dem Bild. Das ist einfach die ganze Gegend. Hä? Was? Der Gerolk hat zu Weitlaska. Ja, das ist... Oh. Ein Kap. Ich hab's. Wie soll ich das malen, Alter? Ein Kap. Warum hast du da einfach ne Kap gemalt, Junge? Ja, wow. Minus PE, Alter. Minus PE. Jetzt einer Südafrika, wenn da unten dran geht. Na genau, Südafrika. Ah, das ist... Kap der guten Hoffnung. Oh, Dario. Oder Kap Horn in Südafrika. Ja! Jetzt kommt Dario, achte. Oh Gott, Alter, das sieht schon wieder aus wie so ne Blumenwasser. Cool. Warte, nein. Nein, 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 nein. Nein, das geht zum Glück nicht. Ich weiß gar nicht. Der ist, Alter. Was? What the fuck, Junge? Der ist krank, Alter. Flotwist, Alter. What the heck? Oh, okay. What the heck? Hä? Malst du auch das, was du malen sollst, oder malst du erstmal alles drumrum? Ich mal erstmal alles drumrum. Das macht Sinn. Was? 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 Easy. Easy! Das ist einfach nur Clashnitz gelähmt. Ganz ehrlich, das ist das Clashnitz gelähmt. Hä? Was? 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 Das ist wie wenn ein Hausespurs gekallt, das ist mir die ganze Umgebung. Das ist dann nicht normal. 1 zu 1, Alter. Du willst auch so zahlen schieben. Ja. Ich hab... Ich... No. Ich kriegs ned. Nein. Wow, aber da musst du echt drauf kommen, also... Da musst du schon unterschauen. Da musst du doch... Ja. Ihr habt's alle, ich hab's ned. Sorry, ich weiß es ned. Ich weiß es ned. Ich geb auf. Alter, was? Nein! Kann man so seelenos sein. Warum bin ich mit dem Umhang, Alter? Jungs. So seelenos. Der malt alles, außer das unser Malen soll. Ey. Alter. Er kriegt erstmal eine große Gans. Silas, mach mir stolz. Juhu. Verdammt. Der ist neulös. Es wird ein Auto. Es wird ein Auto, ich sehs. Ein komisches Auto. Das ist ne Kutsche. Fernlicht. Überfall! Hey. Überfall. Das ist kein Gabelstab. Das ist kein Gabelstab. Lachen raus, ne. Ich hab schon Tränen in den Augen. Ich schreile mehr. Was? Oh, fuck. Kars. Das ist doch der Film. What the heck, Alter? Hä? Wo? Ah, ist das... Ah! Junge! Was? Was? Das ist perfekt einfach. Hä? Was? Junge, das ist wirklich gut gemalt eigentlich. Nein! 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 Ich hab null Punkte, ich krieg nichts raus! Aber Chris, das ist Premium, wenn du ehrlich bist. Ja, schon Premium, aber... Ich... Ich bleib bei null Punkten, Leute. Ich... Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Auf... Aufprall! Oh, scheiße. Ich hatte Autounfahren, Mann. Ja, ich auch. Aufprall war aber okay. War echt okay. Ah, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Mann. Null Punkte, Leute. Ab alle ist dran. Ja. Boah, Junge, jetzt, Alter. Ich bin so gespannt, ne. Hä? You have been kicked? Wer hat mich gekickt? Was? Connection lost. Wieso habt ihr hier gekickt, Alter? So, da bin ich wieder. Du hast eh keine Bude. Ja, genau. Darf hab ich jetzt aber instant. Oh, ja. Alter Maul. Was? Was? Ah! Na ja. Warte, 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 drei Augen, Alter. Das ist Bart, das ist Bart. Chrissy, schreib's nochmal, Dicker. Bling, bling, bling. Bling, bling. Ah, ich find's... Hä? Was hat der für ne Haare? Das ist ein Papagei. Das ist ein Papagei. Das ist ein Papagei. Scheiße. Yo. Oho. Chrissy, Alter. Oh, scheiße. Irgendwie ist das... Chrissy, hol dir mal einen Dusen, Alter. Hol dir mal einen Dusen. Der Dusen. Der Dusen. Hol dir mal einen Dusen. Ich hab das doch geschrieben, Digga. Alter. Ganz oben hat er einmal Teleskop richtig gehabt. Natürlich, man guck doch. Ich hab's ein paar Mal sogar geschrieben. Genau so geschrieben. Du hast, glaub ich, Großschreibfest. Nein, redest du nicht. Hä? Haha, Chrissy, Alter. Du bist gemobbt. Das ist ja rigged as fuck, Alter. Was für ne Scheiße. Ah, das ist ein Doppel-L geschrieben die ganze Zeit. Nein, das ist erst mal ohne. Hä? What the fuck? Ich hab da einmal direkt geschrieben. Hä? Ich hab noch die Malen dran. Ich hab noch die Malen dran. Richtig rigged, Alter. Jahu, Alter. Ich hab voll die Flasche um. Oh ja, es ist. Oh shit. Geschäftsmann. Händler. So ne Staubsauger-Verkäufer. Pfff. Zeugen Jehovas. Lass mich raten. Warum hat er keine Arme? Nein, es ist keine Beziehung. Fuck yeah! Was? Oh, hey. Oh, sonnliche Team, Alter. Die gucken sich einfach schon. Das ist ein Arktierte, ey. Die freuen sich richtig drauf, ey. Hä? Die ist auf Sicherheit. Oh, irgendwie. Warum haben die... Nee! Wenn ich mal so glückliches Leben bin, hab ich's geschafft. Hä? Du kriegst schon wieder nicht raus. Noch mal die braune Haare und ein braunes Gesicht. Modernes Gesicht gekackt, Alter. Das ist ein orangenes Gesicht, Alter. Jetzt muss man's sehen, Alter. Oh, was? Oh, was? Jetzt. Wunder schönes Braunkleid, Alter. Schön in Weiß. Einfach Stahlstreuer, Digga. Oh, jetzt ist dieser Chirurg dran. Oh, jetzt ist jung. Das ist eine billige Hochzeit. Wie schwer ist es? Ich gebe deine Maus. Entweder, entweder ein Mann oder ein Koffer. Junge, ich hab einfach Teleskop. Ich fack mich richtig ab, Junge. Drei Runden vorbei. Stark. Was? Junge, ich bin einfach nicht im Chat drin, Alter. Was? Hundesland. Was war's, Tim? Da kommt doch nichts mehr, oder was? Was? Das ist stark. Ich schwörsch dir jetzt. Ja, mein Junge. Hä? Junge, Tim, Alter. Deine Maus, ne? Jo, was? Digga, wenn wir da nicht drauf kommen, also komm, ich meine, das hat nichts mit der Maus zu optimieren. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Hä? Ich hab mich auch noch. Plus, Minus. Wie ein Wape, Alter. Das ist ein Plus, hä? Ich hab gedacht, das wäre ein Zeichen für ein Nationalsozialismus. Boah, was? Was? Oh, was? Ich hab's grad noch rausgefunden, ey. Das hat so ein X gewählt. Ach du Scheiße, Alter. Weiß nicht, ich dachte, ich dachte, das wäre irgendwie ein Wappen oder so. Junge, was? Von Krieg, aus dem zweiten, oder dritten. Das ist grisselig. Aus dem dritten. Oh! Gibt euch in meinem Chat, Alter, ich hab mehrfach Teleskop richtig geschrieben. Nein, nein. Ich bin's doch... So, wer zu denen hat... Hä? Was? Hä? Ich kann mich mit Hüten halt überhaupt nicht aus, ne? What? Was? Nein, ich weiß nicht. Man kann eigentlich gar nicht besser machen. Moppt der Autobus auf den Kopf, Alter. Das ist gut, das ist gut. Äh, 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 äh. Ein Schnauzer. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hä, ist kein Stroblut. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sind die Geschnauzer noch. Das sieht gut aus. Jaaaa! Das ist geil. Das ist geil. Was ist der Tequila? Cowboy. Also, Daniel, weißt du, wie's geschrieben wird? Aaaaaaach! Sooooh! Schick! Jaaa! Oh, ist er. Ja, das ist der schlechteste Sombrero, den ich je gesehen habe. Ey, wo ist das Ding denn? Hier irgendwie der Poncho und so, Jungs. Ja, Mann! Ja, der ist ja der nächste Sombrero zu tun, oder? Ich wollte doch die Wand hinten mal in die Mauer, Alter. Nett mal Tortille auf dem Bild, Alter. Ja, Mann, ohne Bild. Ja, Mann, ohne Bild. Jetzt kriegst du ein Type-Complet. Ach du Scheiße. So Landwirtschaftsdinger. Containerplatz. Okay, das sieht halt hardcore dumm aus. Das sieht zu voll aus, das Bild. Wir haben alten gerade. Das ist eine Pommelsammlung einfach, Alter. Äh... Fährt er mit seinem Schwanz, oder? Nein! Ich hab's geschrieben, es kann ja keiner sagen. Das ist falsch. Schubkache. Jenga, ich hab's geschrieben, es war falsch! Schubkache! Du hast Schubkache geschrieben! Schubkache! 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 Ja, die Mauswagel halt! Jenga, ich wäre einfach erster gewesen. Hier war man getroffen aus dem KSW. Warum hat's denn noch gegessen? Warum hat's dann noch? Nee, nachher hat's immer nur geschrieben. Ich war... Keine Ahme Jumme, ich war bei BNFK Ich war bei BNFK Ja wegen Schubikachen, ne? Jumme, scheiß Schubikachen Grazie Oh, mag ich vorhin Oh, jetzt haben wir hier eine Farm benutzt Daumen hoch Mir fliegt alles in der Äquator-Universum Ach, ich hab Radiergummi Ach du Scheiße Ich hab immer noch Radiergummi Was? Jetzt kann man erraten Geht so lang Hab ich's falsch geschrieben, bin ich irgendwie dumm Hä? Hä? Ich hab das doch Hä? Ist gut aus, gefällt mir Ist schön Was? Ich bin mir so sicher irgendwie Vielleicht können wir das geschrieben werden sollen Ich find's gut Boah, der gibt sich jetzt auch so richtig Mühe Ich hab mir das nicht umsonst angeguckt Ich hab das geübt Hä? Ich weiß es nicht Ich auch nicht, keine Ahnung Keine Ahnung Das ist bestimmt ein seltsames Wort, Alter Ich mach mir so sicher Ne, das ist eigentlich echt böse Ich hab das noch reingegeben Ich hab das noch reingegeben Ich hab das doch geschrieben Meteorit heißt das Oh Scheiße Meteorit Ach Dreck Buhlstaben sind dann erlaubt, gell Nicht Meteorit Bald Buhlstaben sind dann erlaubt, gell Buhlstaben sind dann erlaubt, gell Buhlstaben sind dann erlaubt, gell Was sind das, man? Wurde seid uns Hä? Hau jemand? Ihr seid so kuppel, ne? Hä? Also wenn's halt Name ist, dann finde ich das auch unzulässige, was dir macht Oder nase Nein Ihr seid einfach verhindern, ne? Warte mal kurz Ja, wenn Krieg ich schon die Wort erstmal, ne? Ja, wenn wir kommen was, Leute Nee, man das ist asozial, ohne Witz, Alter Ich weiß es halt echt immer noch nicht Mit der, dass es zu Tim mehr passt Achso Ja das sei jetzt, das ist wirklich 1-2-1-Tim eigentlich Naja, not bad, not bad Salz, jaja Ach komm mei Darf ich Buchstaben nehmen? Darf ich Buchstaben nehmen? Nein Max Okay Darf ich Salz treuen, dass du übrigens einfach so einen Streu mit einem Ex malen könntest, das hab ich gestern auch Ja, das ist ein Buchstaben Ja, ein Buchstaben, wenn du so ein Ding drauf machst, ist ja okay Das sagt ja nix aus, also so Ja, ich hab auch eine 3 benutzt Hä? Was? Juge, was ist es denn? Sex auf der Couch, oder was? Sex auf der Couch Juge, was ist es? Für dich ist es der Sex mit der Couch Was? Herrlich Jo, das Gesicht muss immer hin, jawoll Ich padde Padde um 12 Ich weiß es nicht Ach null Ich hab das Verb geschrieben Ich hab das Verb geschrieben Du musst auch gucken, wie die Buchstaben ist halt da, ne? Wow, ja, ich hab schon gesehen Ich schreibe Schlafen, alle Aaaaaaah Fail! Richtig, der Monkluid Stockbett Padde Stockbett Da ist kein zweites Stockbett Stockbett Okay Okay Oh gut, Padde ist wieder dran Oh, das hat 5 Buchstaben, oder? Ne, 6 Ne, 5 Aaaaaah Jetzt gehts wieder los Mal mal bitte einen Quoten-Adler Quoten-Adler, ja Puh, ich bin f*** konzentriert Zwerg Ich muss nicht sagen, dass ich gucke halt nach da Oh, scheiße, man Wie damage der aussieht, Alter Der hängt an dem Sprink, Alter, guck dir den an Hau mal den Rappling vom Amazon-Boneboy-Strick rein Der hängt echt Der hängt echt Hä? Der hängt echt ne Zwangsjacke an, oder? Ey, das ist ne ziemlich große Zigarre, oder? Äh Aaaaaah, scheiße, wie mach ich das Also, Padfinder ist halt zu lang wie den Scheiß, ne? Oder der hat lang gekackt worden Padfinder, Juhu Äh Äh Was? Was? Gangster Hä? Hä? Bäh 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 Du bist nicht länger? Ähm Keine Ahnung, wie mein... Warte, warte Warte Was soll denn der Hut, Mann? Hä? Wo ist der Adler vor allem? Wäger Wechsig Was? Oh! Nein, Alter! Was? Ja! Was? Was? Oh mein Gott, kommt es spät, Alter! Was hat der für ne... Was hat der für ne Mütz, Alter? 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 Was soll jeden Jäger denn... Im Wald, der hat halt so ne Mütz, Alter Alter, was? Das ist eigentlich... Das war schon... Das war ne Grenze... Das war über ne Linie auf jeden Fall Das war auf jeden Fall... Was ist das schon wieder? Man hat einfach viel zu wenig Zeit Ich weiß nicht, man könnte einfach das malen, was es geht Das war's! Das war ein Jäger! Ich weiß nicht, man könnte nett mehr Baldbrand! Ja, Chrissi, komm zum Punkt, Alter! Wir müssen den Wald, wir haben es verstanden! Oh... Nein! LID! 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 ÖKO! Weißt du, das sind sieben, acht Buchstaben oder neun, der schreibt ÖKO, Oh, das ist der Adler! Der Vater schreibt Elko, juhu, jetzt sind die 20.. JAAAAAHHHHHH JAAHHH Waldbrand Alter die Buchstaben um die Hälfte. Silas, wo brennt's bei dir? Silas, wo brennt? Yo, ich raff grad gar nix, geil. Da oben schon, ob ich mit Buchstaben sag. Das Spiel ist perfekt. Warum hilft jetzt jemand anderem? Ich raff halt echt. Ich raff halt echt. Da sind wir heute angeflungen. Silas, wo brennt's bei dir eigentlich auch? Ich raff jetzt eigentlich auch. Ist eigentlich der Mond, der da grad aufschluckt? Der Chirurg, Leute! Der Chirurg ist noch! Jungen, die Präzision ist am Start! Jungs, 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 Jungs! Gibt's hier einen Arzt! Lass mich durch! Oh Gott! Das müssen wir noch rückgängig machen! Wenn ich so einen Chirurg hätte, Alter, der so kackig schneidet, Alter! Du Schlagloch, oder? Wie nähst du denn das wieder zu, ey, wenn das mal passiert? Oder pro Schlagloch! Junge, das ist doch... Mach doch, das ist doch okay! Hast du verstanden, was das rein soll? Ich sehste... Oh oh! What the fuck, Mann! Doch, doch, schon gut, schon gut! Auja! Ah! Zahlen! Was? Also komm, ich hätte jetzt... Ah, ja, ja! Chirurg, Alter, du hast wieder... Äh, ne? Die Kaltart! Also, ich hab eine Frage an die Leute davor, weil das Schild kam... Was ist los mit euch? Man ist... Man adaptiert den Cancer, weißt du? Und du siehst nur noch gerade Linien ab einem bestimmten Punkt, Alter! Ja, du musstest einfach im Kopf ausgleichen! Das ist ne Kopfsache! Ja! Ach du Scheiße, Alter! Ja, der Kartoffelpuff nicht gefickt! Der Kartoffelpuff, ja! Jungen, die Wörter werden auch mal länger, Alter! Ne? Kann man, wie ich das zeichnen soll! Ja, natürlich! Ja, warte mal! Oh, ne, ne, ne! Oh! Mach ich die Filme! Schornstein! Baumwolle! Nein, Gritzi, mach's nicht braun! Mach's nicht braun! Mach's nicht braun! Das bin ich nicht! Nogger ist! Ach, stimmt! Das ist ein Anker im Baum! Nein! Der Baum hat Ohrringe! Easy! Was? Easy! Hä? Easy! Das ist ein Baum mit Ohrringe, Alter! Siehst du's nicht? Aaaah! Das ist gut! Klassik! Was? Habt ihr alle nen Schlaganfall? Das ist wirklich gut, Alter! Ich find's echt gut, ja! Das ist wirklich gut! Das ist auch noch Geschichtenschrank, Alter! Ja, das ist echt gut, ja! Alter, das ist... Ich kann auch nicht sonst zeichnen sollen! Das ist richtig brutal, eigentlich! Das ist brutal! Das ist einfach brutal! Ich find's auch stark! Ey! Schlag, ey! Aber Silas, du kommst auf richtig schlechte Wörter, wir reden! Ah, schrecklich! Ja, das ist wirklich gut! Das ist wirklich gut! Runde 3! Ich wollte jetzt Wilhelm Tell oder so ne Scheife! Okay, okay! Ich hab's nicht sonst zeichnen sollen! Keine Ahnung! Ja, ne, war ja okay! Hättest du ein Klavier oben gemacht? Alter, Junge! What? Ups! Jo! Alter, Alter, Junge! Was ist mit dem los? Slenderman, sein Gesohn! Das sieht so leid aus! Ja, genau! Das kann man nicht erkennen! Kann mir jemand sagen, was das ist, was der in der Hand hat? Eine Schaufel, oder? Das ist eine Schaufel? Ja! Was? Okay! Oh shit! Ah! Ah, ja, ist schon okay! Na, ist geht schon, ja! Na, ist geht schon, ja! Ja, ist geht schon, ja! Ah! Irgendwie... Irgendwie bin da! Oh! Bm! Bm! Watch over me! Watch over me! Bm! 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 Nein, das war Bruder. Blase. Oh, Hals, Maul. Oh, ja. Siegler schreibt Seife und Seifenblase hin, aber Blase vergiss da. Holy shit. Ich hab das anders gesehen und ich dachte, das ist schlecht da dran die ganze Zeit. Oh, schau. Ich hab gedacht, das wär so ein Homie da dran. Ich hab gedacht, das wär so ein Homie da dran. Ich hätt mal zeichen müssen, dass es so rauskommt. Oder du hättest sagen, dass die Blase sind. Ich dachte, das hat eine Atemskugel die ganze Zeit oder so. Nein. Easy. Fuck, Alter. Was? Das ist Maul. Stark. Tampon. Was? Hä? Das ist schon easy. Schon easy, aber scheiße gemalt. Könnte ne Ratte sein. Könnte ne Ratte sein. Das ist doch das Schwert von Cloud, oder? Das ist das Schwert von Cloud. Junge, er malt nen Tampon, Digga. Das war schon easy, aber kacke gemacht, wie gesagt. Ich find's ganz okay. Alter, was ist das für ein Ward? Oh, Paddel ist dran, ey. Oh, shit. Und so ein Ward, ey. Das ist mit dem Typ halt. Das ist Captain Morgan, das ist Captain Morgan. Ich find's gut. Da springt scheinbar zweimal nach vorne. Ach du kacke. Ähm. Rape. Vergewaltigung. 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 Test es mal. Nein. Hast du probiert, halt. Ähm. Ist das ein Knie-Fick? Oder weil der ist ja bei einem Knie? Alles klar. Vergewaltigung ist der Kenntnis. Ja, Mann, du mir der Flachkopf. Hat der, hat der, hat der einen Knick in der Hauptkopf? Ist es nicht Liegestütze, ist es nicht Vergewaltigung? Dann ist es nix. Junge, das ist ein Anti-Rate-Meat-Pfeifer. Ja, das ist ein Alien. Alien oder so. Hütte dir das an? Ich weiß nicht, wie's besser tun soll. Das ist ein Alien. Ich weiß eh schon was. Ja, halt, stopp, ein Meter Abstand. Armlänge. Armlänge Abstand. Kopfnuss. Irgendwie ist das gleich aufgelöst, ey. Das ist ne Orgie. Das soll ich hinschmeißen, oder? Nein, 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 nein. Ja, nein, einfach ein Rape. Das war ein Zeuges Rape, Alter. Das sah aus wie ein Rape. Soll der, warum ist der so eingeknickt, frag ich mich? Das hat zusammengebraucht. Oh, das sieht aus wie... Ey! Ah, wir müssen nicht lesen, besser. Hä? 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 Pornoglief. Hä? Hä? Wandmalerei. Was ist denn du eigentlich für ne Tastatur? Mosaik. Jo, also... Das... was soll das denn darstellen? Junge, du... Man sieht ja schon was das ist, oder? Ja, Dell. Und was ist das für ne Taste? Ja, Entfernen. Ach! Und... bisschen... Vergangenheitsmäßig? Ulla, aber scheiße. Hä? Hä? Junge, Alter. Was? Was ist dein Ernst? Was? Wusste man wirklich sowas malen, halt? Wtf, Alter. Da hätt ich taus andere Sachen gemalt. Warte, erzähl mir eine Sache, die ihr gemalt hättet, leider. Also ich hätte vielleicht diese ZT-YZ-X in die richtigen Reihen gezogen. Inferno. Ja, das ist doch egal, Alter. Das Inferno... Die Vergangenheitsform von entfernt. Aber eigentlich meint ein schlechter Team, irgendwie... Werben zu nehmen für sowas. Das ist schwerer, ja. Ja, aber wir müssen ja die Wörter nehmen, die wir noch nicht hatten. Hättest du vielleicht ne Uhr machen können? Oh, da muss ich mich total konzentrieren. Ne Uhr! Der hättest du ne Uhr machen können, unter der Uhr Bücherregal. Ja, Chrissi. Was ist los, Alter? Hättest du einen Ton bauen können? Alter, Junge. Tim, komm. Warum ist das immer so kriselig? Was? Was? Das ist legit, Alter. Das ist legit. Ah, Junge. Nice. Was? Achso. Das ist ne getrimmt. Das ist ne... Das ist aber komische Beine. Spricht den einen dann. Gut, der fällt runter, Alter. Der hält sich nach oben, der hält sich nach oben fest. Mit seinem rechten Finger seht ihr, wie er so rum ist. Ja, Mann. Was macht der mit seinem Bein? Hängt der dann rum? Warum erkenne ich das immer? Das eine Bein ist gesplittert. Das eine Bein ist gesplittert. Das kann auch so rum sein, Pfade. Das ist... Oh, Junge. Ich hab... Ich hab... Ah, mein Gott. Pokéball. Ja. Entfernen. Weiße. Ey, ich finde mal komische Sachen wie entfernt, das ist halt schon behindert. Das ist halt auch schwer, ne? Teil schwierig. Entfernt kannst du in der Distanz sehen. Äh, jemand ist weiter entfernt. Ja, das ist ein Partysie, das kannst du so nicht brauchen, Alter. Das ist ja die Sache. Du hättest auch... Also wie gesagt, ich hätt zwei Uhren ge... Oh. Äh. Äh. Warte. Ja, warte, das ist... Keine Ahnung. Was? Junge, wie? Fuck yeah. Was soll das? Er hat's mir auf der Edge geschrieben, deswegen. What? Hä? Ah, PADAM, okay! Was? Das kenn ich. Das kenn ich mich aus. Das kenn ich mich aus. Das kenn ich mich aus. Boah. Da bin ich fast ganz oben, ey. Na, nice ey. Junge. Okay. 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 Das war kurz die Zeit gewesen, ne? Wie viel kann man jetzt 5.000 Punkte haben, Alter? Äh. Profis 1. Ich glaub, ich sollte nicht so viel Scheiße reinfallen. Ich bin international, das Spiel. Was? Easy. Was? Komische Farbe, aber easy. Ist so. Gleichwerbung. Warum? Ja. Warum? Du quäschst jetzt gegen den. Das ist so seltsam. Oh shit. Was ist denn? What the fuck? Hallo, war das Wichtigste an der Scheiße drin? Ich dachte irgendwie das wär Human Centipiece oder so. Oh, okay. Oh, okay. Hier, Leute. Was ist denn? Ups. EIN Buchstab. EIN Buchstab. EIN Buchstab. Oh fuck. Und wahrscheinlich ist es ein Vokal. Aber nur wahrscheinlich. Was ist denn? Okay. Okay. Okay, okay. 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 Wursts. Wursts. Wurrsts Wurrsts Sack Mann, der sieht mal gut aus Also naja Das rechte Bein macht mir Sorgen Boah Junge, der ist einfach rechtzeitig gelesen Der ist rippt Der ist rippt, aber der hat kein T-Shirt an Ist das ein Seeksteak oder? Jeesies, Digga Der ist echt cool, ey was Oh, der ist noch nicht gut drauf Ey, Junge, der ist ein bisschen geknickt, ey Der hat nur 100 Leute verloren Ich hab doch gerade den Nippel reingeschickt Oh mein Gott Oh Junge Aber wo machst du ein Sixpack dann hin, Alter? Weit doch Damit man sieht das an Also Oberkörper frei Vielleicht hätten die Plänen ja theoretisch aufs T-Shirt scheinen können Ja, die Nippel schon, aber nicht die Brust Ja, Mann, das wär das Erste, was wir alle gedacht haben Ja, Mann, das wär das Erste, was wir alle gedacht haben Was ist das, Alter? Norddeutsche Lasendes Da machen wir theoretically alles, was wahrscheinlich ergerichtiges ist, ne Ja, was? Ja Geile Frieze Ne, der Frankreichschreibt, Alter Sej'. Keine Ahnung, was ist auf dem Kopf? Nein, du bist ein Brot, Mann! Irgendein Scheiße. Ich hatte zwar wieder einen Kragen. Klar war, Alter! Da ist jetzt aus dem Ding raus. Ich bin so offensiv, ganz ehrlich. Da war ein Boardkicker schon. Was? Was? Was soll die Kappe dazu? Ich verstehe die Kappe nur nicht. Jesus einfach, Alter! Ich hab keine Ahnung, was das jetzt sein soll, gell? Und ich weiß jetzt wieso... Jetzt hab ich doch geschrieben! Alter, das ist dein Ernst! Halsreif! Halsreif! Was soll's denn sein? Das ist einfach nur dumm. Oh, Junge! Aber warum ist der Hut dazu? Warum nicht? Also, ich weiß. Ich weiß, wenn du nix oder nix spielst. Ich weiß, wenn du nix oder nix spielst. Warum ist es der nächste... Oh, Mann, ey! Let's schauen wir ein bisschen Spaß haben, ihr Penner! Richtig! Ich spiel nicht mit! Nein! Was ist das für'n Arsch hier? Warte, der ist doch weg! Das ist hart für'n Arsch! Einmal, warte, ich hab dir recht gerutscht! Stark! Stark! Fuuuck! Joga, mach doch den Stift größer, Junge! Er nimmt aber den kleinsten! Ja, fuck off! Ey, wenn du das jetzt nicht erkennen hast, das nicht meine ich so! Fuck off, wenn du das jetzt nicht erkennen hast, dann schlag einfach nicht auf! Ähm, das geilste ist... Ne, warte, scheiße! Ich hab mich davon lang ist grad! Grab! Punkt Grab, Alter! Silas, nehmt den Radiergummi grad mit der Schere vorher zerstört! Punkt die Grab, Alter! Das Grab rückwärts! Das Grab rückwärts! Keine Ahnung! Suck! Barf! Jungen! Absolut disgusting! Oh, Paddel, Paddel! Paddel sucht'n Wort aus, ey! Hu! Mein Gesicht kommt schon auf der richtigen Seite! Ja, ich mach'n relativ verriegtes, glaube ich! Kann man sich was sagen? Berlin Tag und Nacht, safe! Schast, drei Buchstaben, Leute! Was gibt denn das schon wieder? Was? Hä? 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 Was? Ist das unfair, weil das schon aufgelöst wurde eigentlich? Was geht ab? What the fuck? Na? Ahhhh... Und haupt da wieder alles malen, außer dass das interessiert... Das ist voll dreckig, ey! Jungen, das ist einfach ne Bohnen, Digga! Ich dachte echt nicht, dass das Mensch sein soll, gell? So ein bisschen spannend, der Hut... Das ist... Das ist... Euro... Euro Leute sind irgendwie alle aus die Chinesen... Ja, nein, man! Was ist denn ein Chinesen? Der ist glücklich, Alter! Der hat keinen Führerschein bestanden! Was ist denn... Irgendwas ist denn... Junge... Alter, Junge, ist doch nirgtes Bein! Nein, doch, ne! Der hat ein gebrochenes Bein, ey! Halt's auf, Junge! Stark! Halt's auf, Junge! Hahahaha! 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 Warum wir zu viele Leute schon haben, Alter? Die Hände, Alter! Die Hände! Hahahaha! Mach noch ein bisschen Geruch hin! Hahahaha! Hahahaha! Ach, warte mal! Ich hab's gar nicht reingesch... Hahahaha! 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 Hallo! Und geht es nicht? Hahahaha! Das passt doch! Hahahaha! Ich meine, das ist so nett durch! Hahahaha! Hahahaha! Ich war so auf Model fixieren, und dass es nicht ging! Junge, Junge! Hahahaha! Ah, fuck! Boah, Junge, hört doch auf! Hahahaha! Dieses grisselige... Warum ist das immer? Ja, weil... Tim ist die Präzision! Miträger Hand! Sieht aus wie dieses Parfüm von... Keine Ahnung, oder? Ja! Das kenn ich auch! Das find ich richtig ganz gut! Von der Magie... Keine Ahnung, Alter! Es war... Daumen runter! Ist so, Alter! Riecht den saftigen Daumen runter! Warum ist das so? Das... Warum hat man so ne zittrige Hände? Das sieht schon schön aus, ja! Ist die Maul, ist halt seine Hand! Okay... Was? Hä? Wo sei denn? Ausfrustanz, oder was? Stark! Oh, Junge, ist legitim, Alter! Stark! Nein! Stark! Als ob! Keine Ahnung, ja, Mann! Ist schon legitim! Hä? Erkennt das immer nicht! Der Fuck! Man kann das schon erkennen! Ja, Mann, das... Es fehlt nur noch der Fuß... Es fehlt nur noch der Fuß... Es fehlt nur noch der Fuß... Grundlimo! Seil! Jaja! Das Weinglas war... Wunderschön! Das war... Das war Design! Seil! 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 Keine Ahnung! Seil! Na! Ok... Ich hab's halt wieder eingegeben! Ich hab's wieder falsch eingegeben! Ich kann nicht... Taschenlampe! Taschenlampe! TASCHENLAMFE! Du... Schreib wieder als Erster, Mann! Ich krieg wieder KC zu, Alter! Ohne Wisschenlampe! Du... Guck dir mal Pad an! Taschenlampe! Sind wir zweimal falsch eingegeben, Alter! Nice! Ah, Erster... Ja! Stark... Starke, starke Runde. Holy shit, bin ich noch nicht so gut. Würde ich sagen, vom dritten ab. Egal, wer ist scheiß drauf.